Freiheit in der Krise. Ein Bildband mit 48 kritischen Stimmen. 352 Seiten voller Großformatiker-Porträts von Menschen, die in dieser Zeit eine kritische Position vertreten. In sehr persönlichen Statements melden sich neben Medizinern und Wissenschaftlern auch Juristen, Journalisten und viele weitere Fachleute zu Wort. Hinzu kommen zahlreiche Bilder, die mit dem Blick hinter den Kulissen das Geschehen bei Dreharbeiten, Meetings und Demonstrationen dokumentieren. Mit einem Vorwort von Dr. Wolfgang Bruder. Bestellen Sie jetzt und freuen Sie sich auf 2,5 Kilo Zeitgeschichte. Es ist tatsächlich wahr. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist über Crystal Meth gestorben. Nicht so, wie Sie sich das jetzt vielleicht gedacht haben, aber er hat einen Bauchklatscher gelandet und zwar nach einem anderen Bauchklatscher, nach einem von Markus Söder, den ich allerdings nicht so peinlich finde. Schlechte englische Aussprache hat er in Deutschland Tradition. Ich schließe mich dieser Tradition auch gerne an, auch wenn ich kein öffentliches Amt habe. Und Sie wissen, arme Personen wie Günther Oettinger, der frühere Ministerpräsident von Baden-Württemberg oder Guido Westerwelle, die wurden lange zum Zielobjekt von Sport, weil sie ein schlechtes Englisch beziehungsweise eine schlechte Aussprache hatten. Bei denen finde ich das ungerecht. Etwas anders verhält sich das in meinen Augen bei Annalena Baerbock und nicht, weil sie Außenministerin ist und nicht, weil sie Grüne ist, sondern weil sie ja laut ihrem Lebenslauf auch in London studiert hat. Und wenn jemand in London studiert hat, dann würde ich da doch ein etwas salonfähiges Englisch erwarten. Aber wer weiß, man weiß ja nie. Worum geht es? Der bayerische Alpen-Napoleon Markus Söder, der Mann mit dem großen Geltungsdrang und mit den autoritären Zügen, der hat sich auf dem CDU-Parteitag zu Drogen geäußert und hat da auch eine US-Droge, eine vor allem, nein es ist keine US-Droge, Adolf Hitler war ja auf dieser Droge. Zumindest nach dem, was ich weiß, man müsste es jetzt nochmal googeln, beziehungsweise es war eine artverwandte Droge. Und er hat sich zu Crystal Meth geäußert. Voila! Die Berliner Grünen gelten ja als progressivste Gruppe, mit der doch mittlerweile auch etwas Altspießigen Grünen-Partei, sagen, naja, wenn Cannabis reicht ja nicht. Sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Ja, und jetzt werden Sie sich wundern, warum sagte er Crystal Meth statt Crystal Meth. Vielleicht hat er an die Meth-Wurst gedacht, die ja auch in Franken, wo er herkommt, durchaus eine gewisse Beliebtheit hat. Das Ganze sorgte dann für großen Spott in den sozialen Medien. Man hat ja keine anderen wichtigen Themen. Dass er bei Corona die Menschen einsperren wollte, sorgte nicht für Spott. Dass er Crystal Meth falsch ausspricht, das sorgt für Sport. Und jetzt raten Sie mal, wer einer der großen Spötter war. Ich denke, Sie erahnen es. Und zwar der besagte Karl Lauterbach. Und ich lese Ihnen jetzt mal vor, was er auf Twitter schrieb. Trotz dieser vernichtenden Kritik von Markus Söder, die Legalisierung von Cannabis fördere den Crystal Meth-Konsum. Zögern wir nicht. Zumindest Vegetarier bleiben ungefährdet. Ja, also der Humor ist meiner nicht. Eher ein Sparwitz, was ich nochmal ein bisschen kitzeln muss, damit der auch wirkt. Was aber das Peinliche ist, der Genosse Lauterbach schreibt Crystal Meth falsch, weil man es ohne H schreibt und mit C schreibt. Das wäre jetzt im Normalfall absolut pingelig. Ja, kann mir auch passieren. Aber wenn ich schon anderen verspotte wegen einer falschen Aussprache in Englisch, dann sollte ich das Wort, wegen dem ich den anderen verspotte, wegen seiner Aussprache zumindest richtig schreiben. In meinen Augen ein wunderschöner Bauchklatscher. Und ja, und wobei die Frage ist natürlich, warum hat ausgerechnet Crystal Meth den Gesundheitsminister so getriggert, diese Aussage, dass er darauf reagiert. Fragen über Fragen? Nein, eine Antwort werde ich hier jetzt nicht geben. Die vergneife ich mir. Ja, das noch. Wovor Söder warnte, eine Legalisierung von Crystal Meth? Ja, nach dem, was Insider sagen könnte, es da im Bundestag und auch in gewissen Ministerien durchaus Sympathisanten für so einen Schritt geben. Mehr sage ich dazu nicht. Alles Gute, wieder reinschauen, abonnieren, Glocke drücken. Danke, ciao. Ja, und noch ein winziges Backstage. Bei YouTube tun sich die erstaunlichsten Dinge. Früher hatte ich immer Angst, dass sie mich zensieren. Inzwischen zensieren sie mich nicht mehr. Inzwischen geht es um die Monetarisierung. Man hat mir die plötzlich wieder erlaubt, nach zwei Jahren. Und ich sehe, das ist durchaus ein wirtschaftlicher Faktor, muss man ganz ehrlich sagen. Und was da zwei Jahre mir vorenthalten wurde, auch bei riesigen Aufrufen bis zu einer Million für ein einzelnes Video. Das ist erstaunlich. Jetzt hat man aber das so ausgedacht, dass ich zwar generell wieder Reklame machen darf auf meinen Videos, aber jetzt wird es spannend, dass die Einzelnen dann immer zur Monetarisierung nicht freigeschaltet werden. Da heißt es dann, Inhalt ungeeignet. Und am Anfang war das noch so. Man kann das dann manuell anfordern. Und dann ist das immer sehr schnell gegangen. Und die wurden dann alle erstaunlicherweise zur Monetarisierung freigegeben. Inzwischen dauert das offenbar Tage lang. Ich stehe dann vor der Wahl. Entweder nicht monetarisieren oder ewig warten, bis es nicht mehr aktuell ist. Wetten, dass das auch erst mal nicht monetarisiert wird. Ist mir aber egal. Mir geht es darum, dass ich Ihnen, Euch das schnell hier vorspiele. Und vielleicht tun sich ja bei YouTube noch weitere Wunder, während man bei Facebook ständig gesperrt wird. Jetzt auch wieder. Ich habe da jetzt echt keine Lust mehr. Also ich überlege mir da jetzt wirklich was. Also ich frage mich, kann ich da so weitermachen, nachdem die wirklich willkürlich, widerrechtlich einfach einen da ständig mundtot machen. Aber das ist ein anderes Thema. Das Fass machen wir jetzt zu später Stunde auch nicht mehr auf. Und nochmal die Entschuldigung. Beim vorletzten Video war das so zu diesem Polizei-Psychoterror gegen mich, wenn ich zu später Stunde aufnehme. Dann sieht man mir das manchmal an. Aber was soll man machen? Schlafmangel, 18 Stunden Tag. Ja, aber muss man wieder richtig ausschlafen. Apropos, die Presseanfrage an die Augsburger Polizei seit neun Tagen keinerlei Antwort. Das ist phänomenal. Auch ein Verstoß gegen das bayerische Pressegesetz. Aber Gesetz? Illegal? Legal? Was soll's? Spielt heute offenbar alles keine Rolle mehr. Jetzt höre ich aber auf, bevor ihr mich abschaltet. Alles Gute. Danke. Gute Nacht. Mein Freund Tillmann Kuban, Bundesvorsitzender, sagt mir immer, Mensch, Markus, Joins wären doch eine feine Sache. Wird manche Sitzung vom CDU-Vorstand ein bisschen entspannter. Mag sein. Ich will nur eines sagen, ich bin gegen die Freigabe von Drogen, liebe Freunde. Ich bin dagegen. Ich bin dagegen. Kein Land der Welt, kein Land der Welt ist glücklich geworden mit der Freigabe von Drogen. Niemand. Fragt mal unsere Nachbarn, die niederländischen Freunde und Freunde. Die werden euch sagen, es war ein Fehler. Jetzt geht's ja schon weiter. Wir haben noch gar nicht mal mehr diese Einstufung. Übrigens auch da war die Aussuche der Ampel. Naja, okay, da muss halt der Apotheker entscheiden, ob jemand süchtig ist oder nicht. Auf dem Niveau? Die Berliner Grünen gelten ja als progressivste Gruppe mit ja doch mittlerweile auch etwas Altspießigen Grünen-Partei. Sagen, naja, wenn Cannabis reicht ja nicht. Sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Matt. Wer ein Gesicht eines Menschen gesehen hat, der unter Crystal Matt leidet, kann nur eines sagen. Ich bin als Jugendlicher, habe ich dieses Buch Christiane F. für Kinder vom Bahnhof so gelesen. Und ich bin nicht bereit, unseren Kindern, unserer Gesellschaft eine solche verfehlte Entwicklung zuzulassen. Wir müssen uns mit allem, was wir haben, gegen die Freigabe von Drogen werden, liebe Freunde. Es ist ein Unterschied von uns zu den anderen. Applaus Drittens Drittens Vielen Dank.